Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück... äh... weiß... äh... Wildlife Park 2. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Nachricht bekommen. Ich bin nämlich ein bisschen eingeklemmt heute. So, hallo, halt, stopp! Nein! Wir beschäftigen uns nämlich jetzt weiter mit dem Ausbauen des Parkes. Wir haben ja das letzte Mal weitergemacht und ich hoffe, wir werden heute mit dem Teil fertig, dass wir dann hier noch mal eben gleich so den Weg ziehen, dass der dann hier aufhört. Dann vielleicht hier noch mal ein bisschen was zu essen und was zu trinken oder Toilette hinstellen. Und hier hinten müssen wir uns natürlich auch noch ein bisschen beschäftigen mit, weil das kann ja hier nicht so kahl bleiben. Da gucken wir dann mal, dass wir dann vielleicht hier auch noch einen Geldautomat irgendwo aufstellen. Hier vielleicht. Und noch irgendwie... da ist ein Klo und da ist ein Klo direkt. Irgendwas, wo man so ein bisschen was dran machen kann. Vielleicht hier so noch hier... noch so eine Streichelbox. Gut. Das sieht soweit gut aus. Das hier sieht auch soweit gut aus. Hier haben wir ja... hier haben wir unseren Park. Hier haben wir ja auch noch so eine kleine Picknick-Ecke. Dann geht's hier weiter. Ähm, ich würde mal sagen, die Bäume machen wir mal komplett weg. Und ziehen dann da den Weg weiter. So, so... So. Dann kann sie noch etwas von den Triceratopsen sehen. Die sind da ein bisschen hier blöd platziert, muss ich ehrlich sagen. Hier haben sie dann einen Blick in die... obwohl... nee, gar nicht. Weil hier könnten wir dann ja zum Beispiel... hier werden wir natürlich auch wieder Mülleimer hinstellen. Da. 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 Und da. Dann werden wir hier auch einen Müllmenschen platzieren. Der sich um dieses Gebiet kümmern wird. Was ich mir nämlich jetzt so überlegt habe. Wir werden hier nochmal eine Spendenkasse aufstellen. Und ein Klo. Plus... ein Fotoautomaten. Und hier hin auch noch was zu essen und was zu trinken. Wenn ich es denn finde. Hier. Getränke. Dahin. Und... nehmen wir mal die Pommesbude. Die platzieren wir hier. So. Was sollen wir denn hier stehen? Das ist der Bunnen, ne? Ein Bunnen. Ha! Haha! Ja gut, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ähm. Ich wollte hier nämlich den Aussichtsturm hin klatschen. Hier kommen natürlich hier diese... diese... diese Sachen hier hin. So. Bänke natürlich auch. So mitten neben das Klo oder hier. Ja. Das sieht doch super aus. Und dann hier einen Aussichtsturm hin. Aussichtsturm. Dann kann man hier gut über die Galapagos Schildkröten und über die Triceratopse und auch über die kleinen Panther hinweg gucken. Und dann stelle ich jetzt noch ein bisschen Deko aus. Ich hoffe, die Bäume hier in der Gegend reichen. Vielleicht ein Fass, das wir hier hinstellen. Mit so einer Schuhkarre. hier. So. 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 eigentlich merke ich gerade, machen wir das hier viel zu durcheinander. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd gemacht. Wir hätten das so in verschiedene Bereiche aufteilen sollen, dass man zum Beispiel an dem Teil da so Jurassic macht, auf der einen Seite dann so oder so oder, naja. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht ganz so übel. Damit wären wir auf der Seite dann jetzt fertig. Genau. Besucherwege. Schneehasen 3 bekommt Junge. So. Schneehasen sind weg. Dann geht es nämlich jetzt hier weiter. Hier haben wir überall noch so Sachen. Aber hier, das hier sieht mir noch ein bisschen kahl aus. Der beschwert sich auch darüber. Es ist hier nichts zu trinken. Ich würde gerne mehr Pflanzen sehen. So. Wir werden hier ein paar Apfelbäume noch hinstellen und einen Getränkestand. Vielleicht so eine Milchbar oder so. Hier so. Ähm, die können wir ja hier hinstellen. Also. Ich muss ein wenig auf meine Dings achten. Was ist denn der Apfelbaum? Apfelbaum. Einmal da hin. Einmal da hin. Einmal da hin. Dann hier noch so ein bisschen hin. Ähm, ein bisschen Deko könnte das hier vielleicht auch noch betragen. Dann vielleicht auch wieder so ein paar Flutlichter hin. Geht's dir jetzt besser, Opa? So. Das haben wir alles hier so stehen. Hier haben wir noch eine Toilette stehen. Da könnten wir da vorne auch nochmal eine platzieren. Auch wenn sie dann ein bisschen die Sicht, äh, zum Dings nimmt. Zum Gehege. Aber in dem Gehege waren sie ja schon, weil das ja das Schafsgehege ist. Ähm, könnten wir ja hier auch noch was platzieren. Zum Beispiel eine Video-Info, die wir auf die Seite packen werden. So. Und dann einmal hier eine Toilette. Und schon wieder wurde nebenan an meinen Achtbein geklingelt. Ach ja, ein Schrimps-Imbiss. Das haben wir bis jetzt hier noch gar nicht gehabt. Was aber leider auch hier irgendwie nicht so hinpasst. Hier passt das erst hin. Und wir platzieren das natürlich direkt da so vor den Erdmännchen. Auch schön geregelt. Mein Gott. Damit wir kulinarisch auch ein bisschen mal was anderes sehen, als immer nur diese Fressbuden, sag ich mal. Ähm, den Weg würde ich jetzt gerne, wie das letzte Mal, wie ich das letzte Mal schon 150.000 Mal gemacht habe, würde ich gerne noch zu Ende ziehen. Dann einmal hier noch lang. Hier entlang. Dann einmal da rein, wegen dem Hai, nicht wegen dem Hai, nicht wegen dem Hai, wegen dem Kängurugehege. Das wäre ja zusammen mit den Schnabel, ich glaube Schnabeltiere haben wir auch. Das wäre ja mit den Koalas und den Schnabeltieren zusammen mehr Australien gewesen, hier die Kängurus. Es kann aber auch sein, dass bei meinen Nachbarn drüben, glaube ich, gar keiner da ist. Die sind nämlich sehr häufig weg, ehrlich gesagt. Und mir fällt gerade auf, ich habe meine Uhr nicht angemacht. Auch schön. Dann müssen wir warten, bis die Folge ausläuft. Ähm, dann brauche ich einmal nochmal hier den hier. So. Da war es auch schon. So, dann würde ich jetzt mal sagen, ziehen wir den Weg bis hier. Und bevor wir dann mit dem Weg ziehen, weitermachen, würde ich erstmal gerne hier das hier noch füllen mit anderen Tieren, die ich mir vom sehr günstiger, vom Züchter hole. Ähm, das heißt Züchter. Vom, ähm, Nämlich muss ich jetzt hier mal gucken, dass ich hier nämlich die ganzen Bäume jetzt erstmal wegmache. Und ich hoffe, dass ich dann nichts über lebenswichtiges treffe. Los, nicht zu viel wegmachen. Verdammt, da war es doch auch schon. Da habe ich jetzt den Dings weggemacht. Die können wir ruhig da stehen lassen. Da habe ich dann auch schon den Tierpflinger entschwinden lassen. Hier mit Ruhe und Gesonnenheit wieder hier reinsetzen kann. Das weg, das weg, das auch weg. Dann können wir das hier noch ebenen. Das, so. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Platz für neue, also für ein paar weitere Tiere. Ich glaube, so drei Tierarten müssten wir theoretisch noch hier hinbekommen. Aber darum kümmern wir uns dann aber auch nächste Folge erst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao.